Kragenspiegel sind auf den Kragenecken des Dienstanzugs der Heeres- und Luftwaffenuniformträger der Bundeswehr aufgenähte Effekten. Die Farbe der Patte sowie die Form und Ausführung der auf dem Grundtuch aufgesetzten Applikationen lässt Rückschlüsse auf die Truppengattung, Teilstreitkraft oder auf eine besondere Dienststellung oder Dienstgradgruppe des Trägers zu. Kragenspiegel fanden sich bereits bei früheren deutschen Streitkräften und bis heute bei vielen Armeen aus aller Welt. Maßgebliche Bestimmungen zum Aussehen und zur Trageweise enthält die zentrale Dienstvorschrift 37 Zehntel Anzugordnung für die Soldaten der Bundeswehr. Die rechtliche Grundlage für die Kragenspiegel der Generale setzt die Anordnung des Bundespräsidenten über die Dienstgradbezeichnungen und die Uniform der Soldaten. Verschiedene technische Lieferbedingungen des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung spezifizieren die Ausführung. Geschichte Die Entwicklung der ersten Uniformen für die neu aufzustellende Bundeswehr stand unter dem Eindruck des Plans einer gemeinsam von westeuropäischen Staaten im Rahmen der europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu bildenden gemeinsamen Armee. Um die neue deutsche Uniform optisch ein Stück weit an die Uniformen anderer westeuropäischer Staaten heranzurücken, verzichteten die deutschen Militärplaner bei der Einführung der Uniform 1955 als der Plan der EVG eigentlich bereits aufgegeben worden war, auf. Allzu viel Anknüpfungspunkte an die Uniformtradition der Wehrmacht. Daher verzichtete man zunächst auch auf die Wiedereinführung der althergebrachten Kragenspiegel. Zur Unterscheidung der Truppengattungen im Herr kamen hier nach dem Vorbild der US-Streitkräfte charakteristische Metallembleme statt. Althergebrachter Kragenspiegel in Waffenfarben zur Anwendung. Allerdings wurde bereits 1956 in Bonn rufe laut man möge die traditionellen Kragenspiegel in Waffenfarbe wieder einführen. Generale hingegen trugen bereits seit Aufstellung der Bundeswehr die bis heute übliche Larischstickerei auf hochrotem Grundtuch. Offiziere im Generalstabsdienst begannen etwa zeitgleich die traditionellen Pulpenstickereien zu tragen. Allerdings waren diese zunächst auf grauem Tuch gestickt, spätestens seit Ende 1956 dann aber auf dem heute bekannten Karmesinroten Grundtuch. Spätestens bis Frühjahr 1957 wurden die Kragenspiegel für alle Soldaten wieder eingeführt. Bei der Farbwahl orientierte man sich stark am Farbschema der Wehrmacht V.G.L. Dazu die Waffenfarben des Heeres der Wehrmacht und der Luftwaffe der Wehrmacht. Jedoch wurde die Ausführung der Spiegellitzen etwas vereinfacht und die Farbe der Grundtücher leicht verändert. Der Kragenspiegel der Bundeswehr ist rechteckig, um ihn dem neuen Schnitt der Uniformen anzupassen, die nun statt des traditionellen Stehkragens zivil an Mutende Kragen und Rever aufweisen. Die Kragenspiegel sind daher nun beinahe vertikal angeordnet, sodass das historische Vorbild waagerechter Knopflochstickereien nur noch zu erahnen ist. Zur Farbe des Grundtuchs aufgelöster Truppengattungen, zur einstigen Farbe noch bestehender Truppengattungen sowie zur ersten Farbe für Offiziere im Generalstabsdienst. Siehe die Geschichte der Waffenfarben der Bundeswehr, Kragenspiegel für Heeresuniformträger. Die Kragenspiegel für Heeresuniformträger zeigen Spiegellitzen in Form einer römischen 2 mit negativer Laufweite, so dass sich die beiden Zeichen unterschneiden auf einem Grundtuch in Waffenfarbe, die sich nach der Truppengattung des Soldaten richtet. Der eigentliche Spiegel ist dabei der von den beiden spiegelsymmetrischen Litzen gebildete Zwischenraum, der an das sich dort bei historischen Uniformen einst befindliche Knopfloch erinnert. Die Litzen der Offiziere und Oberfinneriche sind handgestickt aus mattem Silberfarben im Metallgespinst. Der Metallanteil des Gespinsts besteht aus Aluminiumdraht. In besonders repräsentativen Truppenteilen tragen alle Dienstgrade diese hochwertige Ausführung der Kragenspiegel in den Waffenfarben grün und weiß. Die Litzen der dienstlich gelieferten Kragenspiegel für alle anderen Unteroffiziere und Mannschaften sind aus matt-grauem Textilgespinst gewebt. Unteroffiziere dürfen nach ZDV 37 Zehntel auch selbstbeschaffte Kragenspiegel tragen. Die Litzen dieser selbstbeschafften Kragenspiegel sind aus dem gleichen matt-grauem Textilgespinst handgestickt, erscheinen jedoch durch die Erhabenheit je nach Ausführung deutlich hochwertiger, heller und glänzender als die gewebten und fast flachen dienstlich gelieferten Spiegellitzen. Die folgende Tabelle zeigt die in der Bundeswehr dienstlich lieferbaren Kragenspiegel für Heeresuniformträger. Kragenspiegel für Luftwaffenuniformträger Die Kragenspiegel der Luftwaffenuniformträger zeigen auf goldgelbem Grundtuch eine silberfarbene Schwinge im Eichenlaubkranz mit unterrem Abschluss in Form einer Schleife. Der Begriff Kragenspiegel ist uneingeschränkt auch für diese Effekten der Luftwaffe gebräuchlich und wurde auch in der früheren Luftwaffe bereits seit 1935 gebraucht. Im strengen Wortsinn handelt es sich jedoch der Form nach hier nicht um einen Spiegel, der eigentlich ein durch beidseitige angebrachte Litzen verziertes Knopfloch war und wie man es bei der Ausführung für Heeresuniformen sowie für Generale und Offiziere im Generalstabsdienst immer noch erahnen kann. Doppelschwinge sowie Kranz mit Schleife für Offiziere und Oberfinneriche sind handgestickt aus Metallgespinst. Der Kragenspiegel ist mit einer silberfarbenen 2 mm dicken Metallgespinstkordel umrandet. Der Metallanteil des silberfarbenen Metallgespinsts für Stickereien und Kordel besteht aus Aluminiumdraht. Luftwaffenuniformträger aller Dienstgrade tragen in repräsentativen Truppenteilen ebenfalls diese hochwertige Ausführung Die Doppelschwinge sowie Kranz mit Schleife der dienstlich gelieferten Kragenspiegel für alle anderen Unteroffiziere und Mannschaften sind gewebt. Der Kragenspiegel ist durch einen silberfarbenen Nährand begrenzt. Die nach ZDV 37 Silberfarben Schwinge, Kranz, Schleife und Nährand sind wie bei den einfachen Kragenspiegeln der Heeresuniformträger aus weißaluminiumfarbigem Textilgespinst gefertigt. Unteroffiziere dürfen nach ZDV 37 auch selbstbeschaffte Kragenspiegel tragen. Doppelschwinge, Kranz, Schleife, Kordel sind bei diesen selbstbeschafften Kragenspiegeln handgestickt, bestehen aber weiterhin aus dem gleichen weißaluminiumfarbigen Textilgespinst. Durch die herstellungsbedingte Erhabenheit erscheinen die handgestickten Kragenspiegel dennoch je nach Ausführung deutlich hochwertiger, heller und glänzender als die gewebten und fast flachendienstlich gelieferten Kragenspiegel. Folgende Kragenspiegel sind für Luftwaffenuniformträger dienstlich lieferbar. Kragenspiegel für Generale und Offiziere im Generalstabsdienst Generale und Offiziere im Generalstabsdienst tragen besondere Kragenspiegel. Alle Generale tragen handgestickte Goldstickereien auf hochroter Unterlage. Die Kragenspiegel der Generale werden paarweise als Links- und Rechtsprofil getragen. Die stilisierten Quasten als Abschluss der Knopflöcher deuten dabei jeweils nach außen und imitieren so die herabbaumelnden Quasten historischer Uniformen. Auch wenn durch die fast vertikale Stellung der Kragenspiegel der Bundeswehr diese Assoziation mit dem historischen Vorbild kaum mehr nahe liegt. Die Fäden für die Stickerei sind aus Metallgespinst, dessen Metallanteil aus Silberdraht mit Goldauflage besteht. Die arabeske Form dieser Knopflochstickerei wird auch als Eichenlaub- oder Larischstickerei bezeichnet. Die Farbe des Grundtuchs entspricht der Waffenfarbe der Artillerie- und Topografietruppe. Die Kragenspiegel für Offiziere im Generalstabsdienst zeigen eine handgestickte mattsilberne Kolbenstickerei auf karmesinrotem Grundtuch. Die Fäden für die Stickerei sind aus Metallgespinst, dessen Metallanteil aus Aluminiumdraht besteht.